Asana Spital Menziken Asana Spital Menziken Jährlich werden hier 3000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Kommen über 200 Säuglinge zur Welt. Bei dem Patienten sieht man, dass er eine Fraktur hat. Und werden mehr als 10.000 ambulante Untersuchungen und Therapien durchgeführt. Und gut zu essen gibt es dabei auch noch. Ist es recht gewesen bei Ihnen heute? Sehr gut sogar. Danke schön. Ich bin sehr, sehr gut gekocht. Kein Wunder bei diesem Chef und seiner engagierten Crew. 350 Mahlzeiten täglich werden hier mit Freude zubereitet. Altersheim und weitere Abnehmer profitieren auch davon. Seit über 100 Jahren ist das Spital Menziken als Gesundheitszentrum für die Bevölkerung des Wienen und Seetals tätig. Ein modernes Unternehmen, welches mit Erfolg qualitativ hochstehende Gesundheitsleistungen in einem familiären Umfeld erbringt. Ein Team von Menschen jeden Alters, aus den verschiedensten Berufsgruppen. Die ständigen Bemühungen um mehr Kundenfreundlichkeit und Qualitätssicherung haben sich gelohnt. Denn Patientinnen und Patienten sind hier sehr zufrieden. Das Asana-Spital Menziken schafft Arbeitsplätze. Mit professionellem Know-how und viel Herz sorgen über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ärzteschaft, Pflege, Verwaltung und Betrieb für eine optimale Grundversorgung der Region Aargau-Süd. Unser Regionalspital Menziken Ein Juwel in der Aargauer Spitallandschaft Ein Juwel in der Aargauer Spitallandschrift Ein Juwel in der Aargauer Spitallandschrift Untertitelung des ZDF, 2020